Hallo zusammen, in meinem heutigen Video steige ich einmal ganz tief in die profane Welt der Schlager hinab und zwar in die Schlager-Oldie-Ecke. Anita von Costa Cordalis. Nun, ihr fragt euch sicher, wie komme ich jetzt ausgerechnet auf diesen alten Schlager? Beim Durchspielen der Styles bin ich in der Schlagerabteilung auf den Style Flip Fox 1 gestoßen, also ein Style, der eigentlich dem Namen nach den Flippers zuzuordnen ist. Schlager Flip Fox 1. Das Tempo habe ich gleich in 126 gelassen. Costa Cordalis interpretiert Anita in F-Dur, also auch ganz gut spielbar. Ich nehme die Variation 3 und beim Intro hört man eine Gitarre. Da bediene ich mich der Pet-Abteilung und dem Style zugeordnet ist bereits das zweite Pet, eine Gitarre. Registriert habe ich ganz einfach für die rechte Hand einen Orgelsound, für die linke Hand das Trompeten-Ensemble und diese Registrierung genügt für das ganze Stück. Hier meine Hörprobe Anita von Costa Cordalis. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Ja, versucht es gerne selbst einmal.